Tag zusammen, hier ist Jo von Pepperitis. Nach langer Zeit wollten wir uns mal wieder melden und heute geht es um fünf Gadgets, wo ich noch kein YouTube Video darüber gefunden habe und die sich vor allen Dingen bei uns im Alltag im Wohnmobil bewährt haben. Da geht es um solche verrückten Sachen wie sowas, sowas und sowas. Was macht man damit? Ja, so bleibt dran, nach dem Intro geht es gleich los. In dieser Folge Basteln am Basteln geht es um Gadgets zu Kleinigkeiten, die günstig sind. Jeder selbst installieren kann ohne großen Aufwand und die sich sehr sehr gut bewährt haben, weil wir davon einfach überzeugt sind und immer wieder einbauen würden. Ja, als erstes möchte ich euch dieses kleine Ding hier zeigen. Das ist ein kleines Plastikteil, liegt so im Dreierpack irgendwie bei 4 Euro. Das schwankt sehr stark. Man sollte nur darauf achten, dass die Aufkleber hier hinten von 3M sind. Dann ist das alles gut. Und ja, das kommt vorne an der Windschutzscheibe. Ich zeige es euch mal gerade kurz. Ja, das kleine Ding wird einfach an die Frontscheibe geklebt, vielleicht so ein bisschen hinter die Verkleidung gedrückt. Da ist so ein Selbstklebepad drauf. Andrücken und dann würde ich im Moment warten, vielleicht in ein, zwei Stunden. Ja, und dann kann man da ganz prima eben schnell irgendwelche Tickets hinter klemmen, die man, also Parktickets, die man bekommen hat. Kann man prima von draußen lesen. Ja, wenn man sie nicht mehr braucht, einfach wegziehen. Fertig. Ja, und dann seht ihr, hat sich also wirklich tausendfach nur Wert und wir wollen es nicht mehr missen. Es passt hinter diese Splissee. Ja, und es fällt auch nichts runter. Es ist immer eine ordentliche Geschichte. Wie gesagt, jeder Skoda hat das serienmäßig und das nicht ohne Grund. Also wenn man das einmal gehabt hat, will man es gar nicht mehr missen. Gut, der zweite Punkt ist dieses ominöse. Ich habe es schon mal gezeigt. So ein selbstklebende, selbstklebende Halter sind das, die sich auch rechen lassen. Also ein, dass man die Einzelnen benutzen kann oder durchschneiden. Also die haben so eine Sollbruchstelle, dass sie auch einzeln benutzbar sind. Ja, und diese Sachen, die zeige ich euch jetzt auch kurz, die bauen wir nämlich bei uns eine Schublade ein als Gewürzhalter. Los geht's. Ja, wenn man sich die Videos auf YouTube anguckt, sind die Gewürzständer überall irgendwo hier im Küchenbereich. Wir mögen das nicht. Wir mögen lieber eine clean Optik. Jo, und deshalb haben wir unsere Gewürzständer oder unsere Gewürzhalterung einfach in die Schublade untergebracht. Wir haben ja genug Platz. Ja, und hier haben wir die wichtigsten Gewürze halt alle drin. Salz, Pfeffer, verschiedene Größen. Ob das jetzt hier so ein großer, so ein Pfeffer, eine kleine Pfeffermühle ist oder die Standardgewürze, auch diese normalen Blechgewürzdinger passen da alle rein. Das Ding ist total flexibel, einfach rausnehmbar und so weiter. Aber das Wichtigste ist, die Gewürze werden noch dunkel gelagert. Das ist ja nicht so schlecht für die Qualität. Ja, und wenn man eben die Schubladen dazu macht, dann hat man wieder seine schöne, cleane Optik. Das dritte Gadget ist ein Flaschenhalter. Ja, man kennt die von Fahrrädern. Da werden die gerne montiert, so als Trinkflaschenhalter. Ja, da habe ich mir gedacht, das ist ideal, hinten ans Bett zu befestigen. Wenn man mal in der Nacht ein bisschen durchscht hat, dann ist es schon ganz gut, wenn man eine Flasche irgendwo in Griffweite hat, die nicht umfallen kann, wo kein Wasser ausläuft und die man immer wieder leicht befüllen kann. Also, oder wo man die Flasche auch wieder leicht zurückstellen kann. Weil es gibt ja hinten kein Regal oder irgendeine Ablagemöglichkeit. Und ja, sind zwei Schraubchen rein und fertig. Also, Installationsaufwand, fünf Minuten. Guckt es euch mal an. Ja, was uns Lanke gestört hat, das ist, wohin mit dem Wasser? In der Nacht. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich habe schon mal hin und wieder mal einfach Durst. Ob es vom Schnarchen kommt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es irgendwie immer blöd, eine Wasserflasche oder irgendein Getränk irgendwo in der Nähe zu halten, wo man nachts so schlaftrunken auch darauf zugreifen kann. Und wo man es auch prima wieder wegstellen kann. Und wo es vor allem nicht stört. Ja, und dann bin ich auf diese Fahrradhalter gekommen. Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Lösung. Immer griffbereit. Und das kann man auch mit einer Hand über Kopf in die Ecke wieder rein stülpen. Stört keinen Menschen. Da stößt man nicht an. Haben wir an der anderen Seite natürlich auch. Ist eine saubere Sache. Und auch das haben wir von Anfang an drin gehabt. Und hat sich super bewährt. Hier oben kann man die Flasche nur legen. Daneben kann man sie nur legen. Dann schraubt man sie nicht richtig zu. Und so weiter. Also super Geschichte. Jede handelsübliche Halbgitterflasche muss da rein. Kann man sie immer wieder auffüllen oder neu kaufen. Je nach Belieben. Ja, als viertes. Rosenträger in Dreiecksform. Wofür braucht man denn das? Ja, ich habe lange gesucht. Wir haben ja hinten ganz normale Matratzen drin. Vom Pepper. Also die etwas besseren, sagen wir mal so. Die sind etwas dünner als die original Betonmatratzen. Aber wir haben uns trotzdem noch einen Topper oben drauf gegönnt. Jetzt arbeitet das Ganze. Und dann neigt so ein Standard-Spannbetttuch dazu, ja, drunter her zu flutschen. Und man ist dann immer wieder damit beschäftigt, die Dinger gerade zu ziehen. Ja, und dann macht man einfach diese Rosenträger unten drunter. Als zusätzlicher Spanner unter das Spannbetttuch. Das ist relativ schnell gemacht. Kosten wirklich auch noch ein paar Euro, diese Dinger. Und das Spannbetttuch ist immer fest. Guckt euch eben an. Ja, dann noch eine Kleinigkeit, die uns bei unserem Wohnmobil im Speziellen ein bisschen gestört hat. Wir haben ja eine etwas hochwertigere Matratze. Die ist aber nicht besonders dick und haben uns deshalb obendrauf noch einen Topper gegönnt. Jetzt ist der Schlafkomfort göttlich, also hundertprozentig. Aber die ganze Sache neigt dann irgendwo immer zum Verschieben. Und diese Bettbezüge, das sind ja normale Standard-Spannbettlagen, die neigen dazu, sich immer wieder hochzuziehen. Und dann gibt es diese, ja, Fosenträger, sag ich einfach mal, so Spanngurte. Die kann man dann einfach da drunter machen. Und das hat sich super bewährt. Jetzt hat man das nahezu faltenfrei. Das macht man einfach vorne hin, da vorne und dann in der Mitte, spannt die da noch mal zusätzlich. Und dann sind diese Dinger nahezu faltenfrei drauf. Und da verrutscht dann auch nichts mehr. Ja, als letztes habe ich dieses kleine Ding. Und zwar ist das eine Reibe. Ich zeige euch das jetzt mal gerade ganz kurz. Ja, last not least möchte ich euch diese kleine Muskatreibe noch auf die Herz legen. von der Firma durch. Äh, im Dauereinsatz. Also nicht, dass wir immer Muskatnuss damit reiben würden. Na, dafür ist dieser kleine Auffangbehälter auch gut, der dann mit beigeliefert wird. Da kann man diesen Muskatstaub oder dieses Muskatstückchen prima mit auffangen. Nein, es reichnet sich besonders gut für das Reiben von Parmesankäse. Das irgendwie über jedes Nudelgericht gehört. Da braucht man da, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt die Schale darunter machen, sondern direkt über den Teller reiben. Das funktioniert so gut. Also da ist, das geht besser wie mit unserer großen Küchenreibe. So einen großen namenhaften Hersteller. Ähm, also immer im Einsatz. Kostet ein paar Euro, ja. Aber eines der Utensilien, die wir immer im Einsatz haben. Ja, das ist auch schon gewesen, sage ich, in diesem kurzen kleinen Video über diese fünf Gadgets, wie das so neudeutsches schön heißt. Wenn ihr noch mehr davon sehen möchtet oder weitere Basteleien sehen möchtet, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das eine oder andere dazu schreibt, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder ob wir in diese Richtung da weitermachen sollen. War ja ein bisschen ruhig um uns. Wir hatten sehr, sehr viel mit unserem Haus, äh, mit unserer Hausrenovierung zu tun. Äh, es war einfach keine Zeit für Videografie und Hobbys. Jo. Aber wir hoffen jetzt, ein bisschen mehr Zeit zu finden, um wieder das eine oder andere Video drehen zu können. Und, ähm, ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonnieren, ne, kommentieren. Und, ähm, ja, Glöckchenerlaken wäre super. Da werdet ihr nämlich informiert, wenn es was Neues von uns gibt. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Dann. Tschüss. Dann. Tschüss. Dann. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.